Moin. Schönen Sonntag von Scully und von mir, von Elli und den anderen Katz natürlich auch. Herzlich willkommen zu zu Tisch. Wir haben letzte Woche kein zu Tisch gemacht. Das lag so in der Sache. Wir haben gedacht, ja, schaffen wir es für Ostern, aber irgendwie war dann auch gar nicht so viel los die Woche spieltechnisch, dass wir gedacht haben, okay, können wir sammeln. Und die letzte Woche war dann auch gar nicht so viel. Wenn ich jetzt auf meinen Kalender gucke, was ich so vorhabe, wird das noch ziemlich voll die nächsten vier Wochen, glaube ich, was da so an Spielterminen steht. Von daher ist das gar nicht schlimm. Schön natürlich, wenn man ein bisschen mehr spielt, also zu wenig oder zu viel spielen, gibt es ja eigentlich so in dem Sinne nicht. Auf jeden Fall waren die letzten zwei Wochen ein bisschen ruhiger. Dementsprechend ist der Stapel jetzt nicht ganz so hoch, aber nicht minder schlecht, sage ich mal. Nö, es war nicht durch die Bank gut. Die trinken schon Kaffee und dann geht's los. Mit im Spiel. Da haben wir jetzt tagtags schon ein Video zu gemacht. Click-Statter-Preview. Aufmerksame Zuschauer des Kanals werden es gesehen oder zumindest wahrgenommen haben. Achtung, ich hab's geübt. Die ist E-Ray. So. Völlig falsch ausgekommen vom letzten Mal. Ist ja eigentlich auch gar kein Problem. Man kann sich da so kurze Aussprachprogramme und sowas, das gibt's ja auch alles. Asche auf mein Haupt auf jeden Fall. Aber ich bin auch kein Lateiner. So. History of the Ancient Seas Part 2 von insgesamt drei Hellas. Das eine Zweier und Mare Nostrum, ja, so vier, fünf ausladend. Dementsprechend auch länger unterwegs. Das Besondere an diesem Spiel eben ist es ein Dreier. Es ist ein reines Dreier im antiken Mittelmeer angesiedelt. Griechen, Perser, Ägypter ringen um die Vorherrschaft, beziehungsweise auch gleichzeitig darum, dass ihr Volk zufrieden ist, dass sie genügend Handelsposten haben, dass diese Handelsposten auch nur einigermaßen divers sind, sodass man eben verschiedene Dinge tun kann, um das Volk auch gleichzeitig zu entwickeln. Das Besondere hier dran, natürlich geht das nicht ohne Kampf ab und natürlich ist das Ganze auch so ein bisschen unterschiedlich in den Startvoraussetzungen, in den Grundvoraussetzungen, was man an Einheiten zur Verfügung hat, dass die Ägypter einfach mehr Flotte haben, als die, äh, Quatsch, dass die Griechen einfach mehr Flotte haben, als die Ägypter, nicht in der Tour der Sache. So, ähm, jetzt ist es so, dass ich hier, äh, eine Möglichkeit habe, das Ganze wird über so ein Action-Rondell gesteuert, was auch sehr schön ist, denn ich kann damit sehr taktisch agieren. Gerade eben bei drei Spielern ist es so, dass die Aktion, nämlich die ich belegt habe auf meinem Rondell, ähm, ein Spieler, der direkt nach mir kommt, der überlegst du schon wieder, aber der Spieler direkt nach mir, der kann eben, äh, diese Aktion nicht belegen. Und wenn ich angreife, kann der nicht zurück angreifen. Wenn ich bewege, kann der nicht sich bewegen. Also, wenn man also diesen Spieler gerade als Gegner hat, muss man da schon gewaltig gucken, ähm, auf welcher Ebene man den vielleicht auch lahmlegen will. Vielleicht mal auf eine Aktion, die man unbedingt machen will, verzichten, einfach um ihm eine andere bestimmte Aktion damit zu nehmen. Das ist schon echt, äh, eine wirksame Sache. Und bei drei Spielern, ihr könnt euch das vorstellen, ähm, dass die Koalitionen im Spiel, dass sie fast minütlich weg sind. So, ne? Also, eins gegen eins gegen eins, zwei gegen eins, eins gegen zwei und so weiter. Also, ne? Und es ist heile schwer zu gewinnen. Da gibt es schon ganz recht. Und, ähm, man muss das wirklich so rausspielen und dann am besten irgendwie den Sieg so einfallen, dass man auch ein bisschen übers Ziel hinausschießt, dass man einfach nicht sofort wieder runter und ich glaube, wird vom Thron. Und das ist echt schwer. Das Besondere an dem Spiel, das muss ich auch nochmal sagen, ich hatte ja gesagt, das Volk will auch zufrieden sein, denn wenn das Volk unzufrieden ist, unterstützt es mich weniger beim Kampf, was sich in Malus beim Kampf ausdrückt, äh, je zufriedener ist es hier, mehr unterstützt es mich auch, aber wenn es zu unzufrieden ist, passiert eine Revolution. Und das ist natürlich schlecht. Bei Revolutionen werden ja Herrscher in der Regel abgesetzt und dann ist das Spiel für denjenigen, der da das revoltierende Volk eben nicht auf seiner Seite hat, äh, ja, gelaufen. Besonderes Ding, Waffenstillstand, ich kann Waffenstillstand fordern, auch über diesen Action-Rondell, beziehungsweise Waffenstillstand erbitten. Das kostet mich Geld. Das muss ich an denjenigen zahlen, der da jetzt, äh, gerade diesem Waffenstillstand, äh, oder diesem Waffenstillstand zustimmen soll. Feine Sache. Wenn der allerdings ablehnt, also ich setze ihn da gleichzeitig ein bisschen mit unter Druck, wenn der allerdings dann eben ablehnt, diesen Waffenstillstand, äh, auf diesen Waffenstillstand einzugehen, dann, äh, verliert er Zufriedenheit beim Volk, und zwar gleich volle zwei Punkte. Und das ist wirklich eine harte Nummer. Und, äh, dieser Waffenstillstand wiederum hält für drei Züge. Oder drei Runden. Drei Spielrunden. Und, äh, eieiei, das kann hart und entscheidend werden. Also wirklich ein echt wichtiges Ding mit tollen Ideen. Und, ähm, ne, man ist ja oft so versucht, wenn man sagt, so, ah, Mittelmeerkarte, und, ähm, das hatten wir schon ein, zwei, drei Mal. Da hast, dieses Spiel hat da wirklich, äh, ja, da sind ein paar andere Dinger drin, paar neue Ideen, die das Spiel wirklich interessant machen. Und, äh, dadurch eben auch so dieses, ähm, Verhandeln am Tisch auch nochmal sehr interessant werden lassen. Kann ich nur empfehlen. So. Diese Rei. Ihr habt ja alle recht, ihr habt ja alle recht. So, Schluck Kaffee. Und danach kam European Turmoil auch länger nicht auf den Tisch. Bzw. letztes Mal hab ich, glaub ich, sogar online gespielt mit Gunnar, ne? Diesmal hab ich mit Frank, moin, gespielt. Und, ähm, Es ist für mich nach wie vor, fand ich es auch hier wieder, das, das bessere Twilight, Twilight Struggle. So, das bessere Twilight Struggle. Es ist, äh, ne, natürlich muss man gucken, liegt einem das Thema oder so, hat man da Lust zu. Das hier ist ja nun mal diese Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, so spätes, oder, ja doch, spätes, ähm, 19. Jahrhundert bis, also praktisch Beginn des Ersten Weltkriegs mit dem Ersten Weltkrieg. Wenn er denn ausbricht, das muss nicht passieren, ähm, ist das Spiel zu Ende. Aufgeteilt ist das Ganze in zwei Fraktionen. Da gab's so ein bisschen Kritik, weiß ich noch, weil es so ein bisschen, ja, komisch aufgeteilt ist. Aber, ja, es ist halt schwer, das, glaub ich, auf zwei Spiele aufzuteilen, ganz einfach. Ich hab also die Liberalen und die Autoritären. Das bedeutet, ähm, dass im Grunde, äh, Deutschland, äh, Russland, so mehr oder weniger da auf einer Linie sind, aber eben auch, ähm, dass sich das Ganze, wenn man denn mit diesen Mobilization-Erweiterungen spielt, dass sich das Ganze auch sehr, äh, verändern kann, diese Kriegskonstellation, wenn es denn eben zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges kommt. Letzten Endes spiele ich das Ganze wie Twilight Struggle. Wer Twilight Struggle kennt, weiß, was hier passiert. Also ich habe Karten auf der Hand, diese Karten sind entweder, äh, ja, diese Karten haben Operationspunkte und, äh, Events. Und diese Events, mit Operationspunkten, da können wir ja mal anfangen, ähm, schiebe ich, äh, ja, sag ich mal, Mehrheitenverhältnisse in den einzelnen Gegenden auf der Karte, äh, versuche ich die zu meinen Gunsten zu verschieben, denn ich will halt Vorherrschaften haben in verschiedenen Bereichen. Es gibt Wertungskarten, äh, und dann wird geguckt, wie habe ich denn da die Vorherrschaft, habe ich da eine Dominanz, habe ich eine Vorherrschaft, bin ich einfach nur da, und, äh, dann werden die Punkte gegeneinander gerechnet, und, ähm, Ich kann Events spielen, die auf diesen Karten sind, da habe ich diese Operationspunkte nicht. Allerdings habe ich auch die Karten meines Gegners auf der Hand, so wie bei Twilight Story. Das heißt, ich muss gucken, welche Karte ausspiele, wann nützt sie meinem Mitspieler vielleicht am wenigsten. Ja, und, ähm, wann kann er oder sie da am wenigsten mit anfangen. Das ist wirklich hoch, hoch interessant. Wenn man dieses System mag, ist auch das hier wieder absolut genial. Erweitert eben nochmal um diese Crisis Cards, das heißt, jeder Spieler hat so ein Set aus Krisenkarten, und diese, äh, diese Krisenkarten werden immer nach einer Wertung gespielt, beziehungsweise vor einer Wertung gespielt. Man kann also durch bestimmte Verhältnisse, wie man da platziert ist, habe ich also viele Bauern auf meiner Seite, oder habe ich viele, äh, so Arbeiterkarten, oder, äh, gehört mir da irgendwie an der Regierung was, kann ich also ein bisschen noch an den, an den Mehrheitsverhältnissen arbeiten, dann wird gewertet, und dann kommt dieser Crisis Role, der, je weiter das Spiel voranschreitet, äh, immer mehr Gefahr läuft, eben in den ersten Weltkrieg zu nennen. Wenn dieser erste Weltkrieg in den ausbricht, dann ist es so, dass ich Mobilization Cards habe. Dann wird also geguckt, unter bestimmten Voraussetzungen, Konstellation auf dem Brett, und wie es aussieht, ähm, in welchen, ähm, sag ich mal, Packten man gegeneinander spielt, und dann ist es so, dass jeder, für jede Nation, die eben teilnimmt, so ein Kartenset kriegt, und dann nochmal aus dem Kartenset eine Karte auswählt, die werden dann in einer bestimmten Reihenfolge, die auf der Karte durchnummeriert sind, gespielt. Dadurch ändern sich eben auch nochmal, wie bei den Crisis Karten, nochmal so Machtverhältnisse, auf dem Brett. Und, ähm, am Schluss wird dann nochmal End abgerechnet, jede einzelne Region. Wenn man zwischendurch irgendwann mal 20 Punkte hat, ist das Spiel zu Ende, auch das ist wie bei Twilight Struggle. Ich kann so, so Umsturzwürfel machen, also nicht direkt ein Putsch, wie bei Twilight Struggle, aber die funktionieren eigentlich ganz ähnlich. Tolles Spiel. Wer es noch nicht hat, sollte sich es angucken, ist es echt mies zu bekommen, das ist eine Schande, habe ich letztes Mal schon gelassen. Das ist eine Schande, dass dieses Spiel momentan nicht in Print ist, es kommt Nachfolger, auch vom selben Autor, ähm, das spielt also in der Zwischenkriegszeit, also zwischen der ersten und zweiten Welt, Krieg. Auch das ist natürlich sehr, sehr spannend. Und es ist noch Bebellions at the Gates, als CDG, irgendwie in the Pipeline. Es soll auch gar nicht mehr so lange dauern, bis das kommt, auch von den Herren hier. Ja, wenn ihr eure Finger an Europa in Turmoil irgendwie bekommen könnt und kein Problem habt, dass das ganze Englisch ist, euch diese Zeit interessiert und ihr mögt Twilight Struggle, Randa, was soll ich sagen? Das ist einfach gut. So, noch ein Schluck. Und blenden wir rüber zu Basal. Auch das hier, kein Spiel, das jetzt irgendwie, ähm, selten, ja, selten, im Verhältnis leider schon, aber kein Neuzugang, sagen wir mal so. Und, äh, ihr wisst, ich mag dieses System. Great Bells of the American Revolution, also wir sind hier in diesem 1776-Bereich, Amerikanen, die amerikanische Kolonie sagt sich los, äh, von den Briten oder will sich los sagen von den Briten, was die Briten halt nicht so geil finden. Wir haben gespielt hier Utah Springs aus der, aus Guildford, Guildford Courthouse, ähm, das ist eine, war eine Box. Die galt auch damals, als die einzeln rauskamen, so ein bisschen als die, als ein Einsteigerspiel, so war das wirklich sehr übersichtliche Szenarien sind, zwei Stück, eben Utah Springs und Guildford Courthouse. äh, mit keiner großartigen Counterdichte, mit gar nicht mal so vielen Sonderregeln dabei. Das ist, man hat ja diese Grundregeln dieser Serie, zehn Stück sind es inzwischen, elf ist angekündigt, zweiter Tui-Pack kommt dann wohl auch bald, und, beziehungsweise, äh, erstmal in die P500. Und, ähm, ich glaube, ich habe Grundregeln, ne, nach denen alle Spiele dieser Serie gespielt werden und dann gibt es eben Szenario-Regeln angepasst, je nachdem an das Szenario, was es dann eben noch so gibt. Hier ist es eben so, dass es die, dass die Amerikaner direkt die ersten zwei Züge machen, um das der Brite was tun kann. ähm, die Amerikaner sind hier dabei, ein, ein Camp der Briten zu raiden, also sie wollen es auch nicht überfallen, denn sie sind auf der Suche nach Essen. äh, ja, das haben die Briten da. Ja, und, äh, die Briten wollen das eben verhindern und dann geht es darum, man macht, äh, für, für, für gecapturte, für eliminierte Truppen Siegpunkte, man, wenn man, äh, bestimmte Felder am Ende des Spieles gesetzt, gibt es Siegpunkte. Das Vasaimodul war super, ansonsten muss man das halt ein bisschen, äh, selber, äh, alles so für sich zusammenrechnen. Ich habe hier eine Complexity von vier, würde ich sagen, kommt, kommt hin, vielleicht bei diesem Szenario oder bei diesen, bei den Gildhaus, Gildfort-Sachen vielleicht so ein bisschen drunter, drunter her. Und, ähm, ja, es war wieder großartig. Ich mag dieses System. Ich habe ein relativ einfaches Hex-Encounter-System. Ich habe hier, äh, Combat-Table mit, äh, gar nicht so vielen Column-Shifts, also eher Column-Shifts, wenn ich auf Kämpfe verzichte. Also, das heißt, ich muss, wenn ich, äh, je nachdem, wie ich da platziert bin, ähm, alle, alle Kämpfe, die möglich sind, auch ausführen. Das ist halt immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Natürlich, da muss man halt gucken, dass man den Gegner so ein bisschen in die Bredouille bringt, ähm, dass er sich da streuen muss, ne? Dass man nicht einfach so mit so einem riesen, äh, Counter-Stack, na gut, sowas groß kann auch nicht sein. Ich habe da mein Limit pro Hex, aber, dass man nicht mit so, so einem übermächtigen Counter-Stack da praktisch auf eine reingeht. Das Kleckmann hat nebenbei noch so eine kleine Einheit, da muss er zumindest einen Counter abstellen, der da auch reingeht. Ansonsten gibt es ein Column-Shift, und Column-Shift ist immer zugunsten des, ähm, anderen Spielers. Column-Shift, das müsst ihr euch so vorstellen, also ich habe eine Kampftabelle, es wird geguckt nach meiner Stärke, dann wird gewürfelt, dann macht man so eine Cross-Reference, und, äh, es sind verschiedene Spalten eben, je nachdem, wie stark ich bin, und, ähm, es zählt dann eben immer als Schwäche an. Hier, hier wird gerechnet, gar nicht die Stärke, sondern, äh, praktisch so, das, das, das Verhältnis. 1 zu 3 bis, äh, 4 zu 1, meine ich, ist es hier so, also je nachdem, das Kräfteverhältnis. Und es wird dann immer das nächst kleinere Kräfteverhältnis genommen, wenn ich also praktisch diese Sachen, äh, auf diese Kalim-Schiffs es ankommen lasse. Dann wird das Ganze nochmal so geboostet, mit so einem, äh, Handkarten, äh, Decken klein, das wird unter verschiedenen Umständen, ob ein Leader dabei ist oder nicht, und ob die Flanken frei sind, kann ich eine Karte spielen, und wie sich diese Karten dann gegenüber verhalten, dann gibt es auch wieder so eine Tabelle, dann gibt es nochmal so, äh, von Minus 2 über 0 bis Plus 2 Würfelmodifikatoren, es gibt verschiedene Würfelmodifikatoren für, für Gelände und so, und dann wird gewürfelt. Und dann wird geguckt, was passiert, und man macht eigentlich gar nicht so viele, ähm, oder man, das jetzt stehen gar nicht so verhandelt, viele, viele, äh, Punkte durch auch hier, und, also man muss wirklich gucken, äh, dass man das hier, ähm, ähm, ja, eigentlich, äh, gut taktisch über die Bühne kriegt. Storytelling, wertschiedes Spiel, absolut par excellence, das hat auch eine, äh, äh, echt schicke Map, und ich muss sagen, dieses Tri-Pack, wenn da jemand Interesse hat, dieses Tri-Pack, ähm, das ist wirklich value for money, ne? Ich habe drei Spiele hier drin, also drei Boxen hier drin, mit unterschiedlichen Szenarien, ich habe sämtliche Counter drin, in guter Qualität, und ich habe alle Maps aufgezogen, eben keine Paper Maps, was, was will man mehr? Also das ist, äh, wirklich, äh, wer da irgendwie rankommen kann, und wie gesagt, das zweite Tri-Pack ist in Vorbereitung. So, dann, kein Wargames, keine Wargames mehr, ähm, und, ähm, ich bin lernfähig, beziehungsweise, ich bin lernfähig, nicht immer lernwillig, so, das ist ja der Unterschied, aber, ich habe mich tatsächlich breitschlagen lassen, ganz viele Leute haben gesagt, spiel das Two-Handed Solo, und ich habe immer gesagt, ah, ich spiele es so gerne mit Zweien, und so, aber, das ist besser, also, gut, und, äh, natürlich gibt es auch Charaktere, es wurde auch immer gesagt, Thor ist wohl so einer, und auch eben, äh, einer, was auch Hulk, ne, die sehr, so oft, sehr viele Supportkarten haben, die eigentlich gar keinen Sinn machen, wenn man alleine spielt, okay, ähm, will man sich Thor irgendwann kaufen, wenn man sich Hulk irgendwann kaufen, wahrscheinlich schon, könnte passieren, denn es macht natürlich weiterhin Spaß, also, probieren wir es mal, wie das so ist, Solo, mit zwei Händen, also praktisch mit zwei Charakteren, das war großartig, es hat wirklich eine Menge Spaß gemacht, natürlich ist es ein bisschen, auch, äh, Disziplin, die man dann so hat, so jetzt die Hand, jetzt die Hand, und gucken, und dieses und jenes, man schmeißt die Karten ja eh nicht durcheinander, weil das so unterschiedliche Decks sind, das ist schon, äh, das ist schon, man muss das schon aufpassen, und Platz vielleicht dabei haben, aber, ähm, es hat wirklich Spaß gemacht, es hat auch auf Anhieb geklappt, äh, mit dem euren Claw, ne, jetzt werde ich den Claw nochmal auf dem nächsten Level besiegen, ich glaube, ich bleibe bei Two-Handed Solo, ne, ich sag ja, ich bin lernfähig, in diesem Fall auch lernwillig, und, ähm, naja, es hat einfach Spaß gemacht, auch das Spiel hier beherrscht, wenn man, sag ich mal, so ein bisschen Superheldenaffin ist, vielleicht auch ein bisschen mehr Superheldenaffin, ähm, dann, äh, beherrscht dieses Spiel auch Storytelling, wirklich bei Excellence, die Karten bringen das rüber, ich bin hier thematisch gar nicht so tief in den Filmen drin, sondern eher in der Comicwelt, was ich auch ganz, äh, begrüße, muss ich sagen, und, äh, es ist schön, ich finde es immer schade, dass Ellie da echt keinen Bock drauf hat, aber, was soll ich machen, nun spiele ich das, äh, eben Two-Handed weiter, und, äh, es war jetzt aber trotz allem, kein Spaziergang, das ist auch gut so, ne, also ich hab mit She-Hulk gespielt und mit Spider-Man, und, äh, She-Hulk musste dann, äh, ja, vorletzte Runde ist She-Hulk dann leider zu Boden gegangen, aber es gibt ja die Night Nurse im Marvel-Universum, da hat Spider-Man sie dann hingebracht, nachdem er Claw besiegt hat, ne, und, äh, also wie gesagt, diese Story, die da entsteht, ne, und dann kommt Mick Fury, und dann zieht man sich kurz in die Avengers-Mission zurück, um dann noch eine Karte zu ziehen, Jessica Jones kommt, und so, also, man muss Bock drauf haben, wenn wer keinen Bock auf das Thema hat, kann ich voll verstehen, äh, aber dann auch, äh, das wirkt dann einfach nicht, ne, und ansonsten ist Marvel Champions wirklich super, das ist wirklich super, natürlich Arkham Horror legt auf diese LCG-Geschichte nochmal gewaltig eins drauf, äh, das kommt, wenn alles gut geht, nächste Woche, so, ähm, Marvel Champions, und dann haben wir ein Spiel gespielt, das haben wir im ersten Stream, wir streamen ja wieder, äh, beim Brettspiel-Schnack gesagt, dass wir das eigentlich mal ausprobieren wollen, irgendwie, das haben wir es ausprobiert, es war also bei den Frühlingsneuheiten von Pegalus dabei, da ist ja, gerade Frühling ist ja nicht immer und ganz selten was, was wir so, äh, was so unser Ding ist, Framework, Uwe Rosenberg, ähm, Lodonova, verwässert mich, weil ich habe die beide nicht gespielt, kann also nicht sagen, das ist so, das ist so, aber, äh, es liegt ja oft nahe, dass, ähm, gerade so bei den Rosenberg-Schnitten der eine, so ist wie der andere, bloß ein bisschen, das nochmal dazu, oder das dann weg, was ich, äh, wie gesagt, auch gar nicht schlimm finde, dafür fühle ich mich aber generell so, bei Uwe Rosenberg-Spielen auch immer irgendwo, ich weiß ja, dass ich ein Uwe Rosenberg-Spiel spiele, fühlt man sich halt so ein bisschen zu Hause immer, ne, und, ähm, weil, manche gefallen mir, manche gefallen mir nicht so, manche gefallen mir richtig gut, das hier gefällt mir, kann ich nicht anders sagen, am Anfang, als ich die Regel gelesen habe, dachte ich, okay, das geht so ein bisschen so, so hat es ein bisschen von diesen Puzzle-App-Spielen, so auf dem Handy, ähm, ich ziehe immer, Spielerzahl plus eins, Plättchen aus dem Borchel, das ist ein Plättchen-Negenspiel, ich mag Plättchen-Negenspiele, so, jeder Plättchen legt, äh, oder legt Plättchen, äh, für sich, und, ähm, hat verschiedene Aufgaben zu erfüllen, denn auf diesen, auf diesen Karten, oder auf diesen Plättchen, sind sowohl Rahmen, in verschiedenen Farben, hier auch eben in verschiedenen Materialien, das ist, glaube ich, einfach um, äh, Farbenblindheit, äh, so ein bisschen auszukontern, äh, in dem Spielmaterial, was ich sehr gut finde, und in der Mitte sind dann, ähm, Materialien, beziehungsweise Aufgaben, zum Beispiel, äh, vier Rote, das bedeutet, wenn da so eine Rote-Vier eben in der Mitte ist, ich muss, angrenzend, waagerecht, äh, oder senkrecht an dieses Plättchen mit dieser Roten Vier, vier von diesen roten Rahmen, irgendwo liegen haben, aber schon in der verbundenen Linie, ne, das heißt, sie können auch so über Eck gehen, das heißt, das kann sich auch später, ähm, dann, äh, wieder ergänzen mit anderen Karten, aber, es darf nicht unterbrochen sein, wenn ich das habe, legt er einen von meinen, äh, Holzpinapel drauf, wenn ich alle meine Holzpinapel weg habe, hab ich gewonnen, wenn ich das zumindest als erster schaffe, Eddie hat's geschafft, an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, und, ähm, es hat Spaß gemacht, ich kann es nicht anders sagen, es ist, es kann natürlich auch ein ganz schöner, Brain-Burner werden, manchmal ist es eindeutig, wo ich es hinlege, manchmal, äh, weniger, viel schwieriger ist es manchmal einfach zu entscheiden, welche Karte nehme ich da, also, wir haben es zu zweit gespielt, so, ne, das ist wahrscheinlich nochmal der Unterschied, zu zweit guckt man vielleicht auch zusätzlich nochmal ein bisschen genauer, was braucht der andere denn, so, ne, vielleicht, äh, auch um dem da was wegzunehmen, denn es ist letzten Endes sowas so, ich habe ja gesagt, man deckt immer eine mehr auf, als der Spieler, als Spieler dabei sind, also bei zwei Leuten drei Karten, Startspieler nimmt eine, dann nimmt der andere, und dann nimmt der Startspieler die dritte, die überbleibt, das heißt, der Startspieler kriegt drei, er kriegt zwei Karten immer, äh, und die anderen kriegen eine, und, äh, das macht es natürlich sehr interessant, aber, letztendlich muss man sich eben auch überlegen, wo bremse ich den anderen aus, und wo, äh, sehe ich zu, dass ich meins, äh, einfach auch voranbringe, weil ich muss ja meine Pinnappi auch loswerden, irgendwie, ne, hat Spaß gemacht, war wirklich gut, bleibt im Haus, kommt auch wieder auf den Tisch, bin ich mir sicher, bin auch mal gespannt, wie das so mit drei, vier Leuten ist, äh, wo man dann wahrscheinlich weniger drauf achtet, was die anderen machen, könnte ich mir so vorstellen, einfach so, damit begeistert, äh, nicht, äh, damit, äh, zu tun ist, seine Pinnappi auch loszuwerden, 22 sind es pro Farbe, sehe ich gerade, und, äh, ja, die müssen erstmal untergebracht werden, am Schluss ist das wirklich, ne, man legt eine Karte, macht dann vielleicht damit drei Aufgaben auf einmal durch, und, äh, manchmal läuft es aber auch, ums Verrecken nicht, ja, hatte ich schon gesagt, hat Spaß gemacht, Solo geht es auch, auch das werde ich testen, vielleicht mache ich auch mal ein komplettes Video zu dem Spiel, dann überlege ich noch, äh, je nachdem, wie du, ja, Lust da drauf, äh, dann ist, auf jeden Fall, bleibt das hier im Haus. In diesem Sinne, das war, das, was ich, äh, ja, diese Woche, oder die letzten zwei Wochen auf dem Tisch hatte, das kann ich anbieten, ihr seid dran, was habt ihr gespielt, äh, was sagt ihr zu den Spielen, ähm, seid ihr da irgendwo involviert, oder sagt ihr, pff, ne, gar nichts davon, oder nur das, oder vielleicht die, und wie auch immer. In diesem Sinne, ich weiß, ich habe die letzten zwei Wochen nicht beantwortet, ich war studerig, aber wie gesagt, äh, ihr seht, wie wenig ich gespielt habe, das heißt auch immer, irgendwas ist, äh, und irgendwas verhindert die Zeit, und das ist dann, äh, dieselbe Zeit, die da irgendwie verhindert wird, aber, wir loben Besserung und Ruhe nach. In diesem Sinne, noch einen schönen restlichen Sonntag, oder einen schönen, wann auch immer ihr guckt, macht es gut, bis dahin, und tschüss.